Yippie-Hey! Folge 77! Ja, eine Schnapszahl, wie ihr gerne haben wollt. Keine Ahnung, drei Folgen vor den 80, 23 vor den 100. Ja, beim letzten Mal haben wir die Carbon-Platten noch rausgeholt und versuchen uns jetzt kläglich am Mass-Fabricator ranzuwagen, was wohl kläglich scheitern wird, wenn ich hier nicht genug Energie zusammengetrommelt bekomme. Deswegen erstmal hier alles, was ich habe, rantrommeln. Was brauche ich noch? Das brauche ich. Das habe ich alles, glaube ich, jetzt, ne? Die Beine habe ich. Die Beine habe ich. Dann habe ich den hier. Und dann habe ich den. Ups, denn... Oh, nö, 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 nö. Oh, nein! Da brauche ich nochmal zwei von... Das heißt, ich muss hier nochmal machen. Dann brauche ich hier wieder Strom. Okay, wo ist denn? Warte mal. Ich habe doch irgendwo noch zwei rumfliegen. Ah, wo habe ich die denn? Ja, da sind sie doch. Ich hatte doch schon mal zwei rumfliegen. Dann brauche ich aber noch Lapis. Ähm, so. Nee. So, und den Energiekristall in der Mitte. Dankeschön. Aber jetzt haben wir es. Jetzt haben wir einen Mass-Fabricator. Jups. Geil. Was? Egal. Keine gar nicht. Eh mal. Hast du nicht gesehen. Das läuft. Ist das geil. Super. Und jetzt will ich hoffen, dass das funktioniert. Wenn nicht, habe ich großes, großes Pech. Wenn ich den abbauen möchte. Hoffentlich, dass er dann heile bleibt. Das könnte ich erst hier irgendwo draußen in den Zimmern. Oder aufs Dach. Hauptsache, es läuft. Ach, komm. Wir bauen das in die Ecke rein. Hier ist das Stromkabel, da habe ich noch zwölf. Das passt da fast ungefähr. So, mal so. Dann gehen wir irgendwie kurz raus hier. Da drüber. Und sagen hier irgendwie Solar Pendels hinsetzen. Dankeschön. Eh. So. Du Tokas bestimmt gar nicht. Du hast 0% Energie. So, jetzt versuch mal nochmal mein Glück so drüber. Der kriegt keine Energie dafür passend. Der hat jetzt noch nicht mal 1%. Pfefferst du denn Energie raus? Der schmeißt Energie raus. Das ist immer noch zu wenig. Jetzt füllt er wieder auf. Ich habe nur eine optionale Wahl. Und die wäre, dass ich noch mehr Wobber habe und ein größeres draufsetzen würde. Alter, der kriegt doch kaum Energie jetzt hier. Ich lasse den mal gerade laufen. Aber ich glaube, das bringt gar nichts. Nothing bringt das hier. Ich kriege mich doch da nur mit ab. Mit den Mini Solar Pendels hier. Ich kann noch einen Moment warten. Vielleicht kriegt er noch 1% irgendwie so raus. Aber ich glaube, eher weniger. Kläglich versagt, würde ich sagen. Aber dann müssen wir das halt umständliche Wege halt nochmal weitermachen hier. Der ist dann am fleißig am Brennen. Hier ist nur Silizium am Brennen. Wie kommt das eigentlich hier rein? Da müssen wir halt noch verkabeln. Oh, nochmal 2. Dann brauche ich noch ein paar Batterien. Ich brauche da 6 Stück von, ne? Geht nicht anders. Dann gehen wir mal gerade Solar ein. Solar. Da muss ich in Low Voltage hier drauf gehen. Vielleicht kriegt er dann zumindest ein bisschen Energie. die 8 Stück, ne? Und ein Transformer. Da brauche ich nochmal 2 Kabel. Hier habe ich zumindest schon mal. 2 Kabel. Aber zu wenig Holz. Ne. 4 Holz ins, glaube ich. Den habe ich schon mal. Dann brauche ich... Ein bisschen Holz nochmal. Nur alles. Da war's. Danke. Jetzt warte ich auf Wobber. Auf Robber, Robber, Robber. Ich hoffe, ich habe genug in der Material nachher. Ich glaube eher weniger. Dass das Material, was ich hier habe, noch reicht für irgendwas zum Veranstalten. Das ist, glaube ich, so extrem geworden. Selbst wenn ich jetzt noch ein Ex-Truck, aber was kostet der denn? Der kostet auch so ein Ding. Ja. Dann geben wir 6 Flöten. Aber ich habe nicht so viel von dem hier. Ich glaube, da habe ich nur minimal irgendwas hier. Hier ist was drin, denn nicht. Hier sind auch nur zwei noch drin. Das ist hier drin. Hier ist gar nichts. Also da ist auch minimal Ausbeute. Nein. Das lohnt sich gar nicht. Das lohnt sich gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Drei Stück. Da kriege ich neun höchstens raus. Und davon gehen drei ab. Okay, ja. Die PX-Truck, glaube ich. Keine Ahnung. Wird schon irgendwas gut funktionieren dafür. Dann müssen wir jetzt warten, bis das hier völlig gebrannt ist. Ein bisschen. Da muss ich gucken, wie viel ich da rausbekomme. Tutsch. So, zwei kann ich auf jeden Fall schon wieder machen. Das heißt, ein Ding kann ich nochmal. Das ist das, das auch so teuer ist. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ähm, so. Nee. Bestimmt wieder falsch rum. Ja, ist falsch rum. Ich kann mir das nie merken, dass das so rum muss. Das bin ich mal gespannt, ob er ein Prozent hat. Ich würde mich ja kaputt lachen. Wow, wie lange soll ich denn warten, bis ich, ähm, ein Yu Yu-Meta habe? Hm? Dann kann er ewig dauern. Ja, da versuche ich jetzt, mehr und mehr dran zu hängen, bis das voll wird. Sonst komme ich da nicht mit klar. Sonst verhastel ich mich da in Ewigkeiten da. Und ich schaue mal, wie hinten meine Anlage läuft. Ich glaube, die ist bestimmt überfüllt. Also, da komme ich nicht mehr dran. Da sind die Kisten, glaube ich, überfüllt. Ne. Die. Das ist leer. Das ist auch mal geil. Das Ding ist leer. Hier sind noch keine angekommen. Hm. Warte mal, müsste irgendwo hier sein. Ist immer schwierig, ausführlich zu machen, wo die Mitte ist. Hm. Oh. Ja. Das sollte jetzt nicht passieren. Das gilt auch für die Axt. Das ist geil. Beziehungsweise für die Kettensäge. Hat was. Hat definitiv was, muss ich sagen. Ja. Ja. Das kommt natürlich hier alles angeschwemmt, an diese Stelle. Ja, lassen wir mal gerade ab. Oh, das war aber heftig. Ja, hier wird alles abgeschlagen, an Holz. Muss ich mal die eben hiervon tauschen. Die. Gegen die. Wobei das hier erst mal weg kann. Das kommt hier oben dran. So, raus. Und du wieder da hinten dran. Okay, ist das nervig. Jetzt können wir wieder tausend Items entgegen geflogen. Was machen wir denn da? Können wir es denn sagen, hier, komm, mach. Äpfel haben wir auch wieder ein paar. Sauber. Aber hier ist so viel Holz. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, mach du mal. Wir hoffen, dass du. Ja, das war klar. Das passt jetzt ungefähr. Kommt noch mehr. Danke. Ich schmeiße noch gleich wieder alles rein. Okay, das war ärgerlich gerade. Ich will hoffen, das macht ja jetzt alles wieder richtig. Holz kriege ich auf jeden Fall genug. Das werde ich gleich alles verbrennen. Zur Not. Es muss ja verbrannt werden. Aber ich sehe schon, die Folge ist wieder um. Nein. Magnet ist ausgeschaltet. Super. Guti. Das stellen wir uns hin und sehen uns bei der nächsten Folge. Und Tschüss. sieht aus. Tja. Ich habe das ans astrophen.